Hatschi Sein Turban, der war viel zu groß für ihn Sein vierter Haus, als könnte es kaum noch gehen Doch wenn er kämpfte, ist alles schnell das Lachen vergangen Denn er war ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann Ha, 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 Hatschi ala poma Ha, 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 Hatschi ala poma Denn ha, 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 Hatschi abu la wa sive Hatschi da udara sara Ha, 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 hey Hatschi poh Hatschi Chihalpoma Hey Hatschi poh Hatschi Chihalpoma Hey Hatschi poh Hatschi Chihalpoma Hatschi da udara sara Ha, 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 ha Und wenn der Kopf schon in der Schlinge hing Dann dreht der Hatschi schnell ein tolles Ding Und alle lagen am Boden, er ist dann lachend daneben Die Zeit los geht von Mohammed Und Allah hat ihm geholfen Er schwang den Säbel wie ein Wüstensohn Er rinnt dem Teufel und dem Wind davon Die Seersucht zieht ihm voran der großen Freiheit entgegen Ja, er war ein Mann Ein Mann, ein Mann, ein Mann Ha 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 Hachinabuda, was sie mit Hachinabuda, was er da Durch das Tal des Todes und von Bagdad auf Dambu Im Sonnenschein Schuhen sie da in dem Abenteuer auf der Spur Durch die kalten Sternen, Nächte und den heißen Sand Sie waren frei Hinden sie und schon von weitem hat man ihn erkannt Schaut zitieren Hachinabuda, was sie mit Hachinabuda Hachinabuda, was sie mit Hachinabuda Hachinabuda Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020